Meine lieben Freunde, ähm... Es ist ja in den vergangenen Tagen, ähm, das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, schon gar nicht für die Leute auf YouTube, ähm... Aber trotzdem... ... ... ...widme ich die heutige Folge einem Menschen, einem Menschen, der unter anderem auch Yoshi geprägt hat, Saturu Iwata, ist von uns gegangen, im Alter von nur 55 Jahren ist er an seiner Krebserkrankung gestorben und, äh, so hab ich mir gedacht, als Zeichen meiner Ehre und meiner Dankbarkeit widme ich ihm heute Welt 3.8. Vielen Dank, Iwata, du warst einer von uns. Mögest du in Frieden ruhen. Mutter was? Mutter Gluck Gluck Huhns Schloss Okay, dat machen wir so. Cool, ich freu mich, ähm, es ist endlich wieder ein Schloss, irgendwas jetzt hier, Pipapo, mit, äh, den kleinen Vögelchen. Ich weiß es nicht. Schau mal mal. Wir sind der Regenbogen, Yoshi. Hab, hab, oh, ich hab's so vermisst. Hab. Das sind ja krasse Kugelwillis. Die machen eine Wolke. Ne. Das ist ja ein Ding. Okay, krass. Okay, Doki, warum trau ich der Sch- Oh, Triple Camo. Triple Camo für heute. Yes. Der Flogio won. Der Flogio. Flogio. Hat gerade eben subscribed. Alter, dir kann ich die Folge jetzt nicht widmen. Die geht immer noch an Iwata. Aber trotzdem, vielen Dank für deine Subscription und herzlich willkommen im Volpeck. Vielen Dank für deine Unterstützung meiner Livestreams. Um, 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 um. Was wollte ich sagen? Ach Gott, wie geil ist eigentlich der Regenbogen-Yoshi? Das ist ein bisschen bunt, aber ist der Regenbogen-Yoshi. Vielleicht, weil es ein Regenbogen-Yoshi ist. Ich wette, mit euch hier hinten ist was. Das war doch von Anfang an quasi klar. What the hell? Hier ist ja noch deutlich mehr. Aha, ein Stempel. Noch ein Stempel. Man sollte alles mitnehmen, wa? So, gehen wir dann da direkt durch. Ich bin mir nicht sicher. So, aha, okay. Und Vollgas. Haha, guck mal. Oh, scheiße. Oh, ich habe das Gefühl, dass mich hier irgendwie gleich irgendwas ganz böse killt. Oh, das könnte eine richtig böse Welt werden, oder? Waren wir da hinten jetzt schon? Oh, hier werde ich viel übersehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, du Scheiße. Ah, halt, 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 halt. Ups. Das ging in die Hose. Ich folge dem jetzt einfach mal ganz still und heimlich. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Der Regenbogen-Yoshi hebt die Stimmung, aber hallo, ey. Hallo, Regenbogen-Yoshi ist der absolute King, Mann. Okay, noch, oh, okay, hier muss ich genau aufpassen, weil das ist garantiert der Abgrund für mich. Ach, den muss ich mitnehmen, schau an. Okay, alles klar. Oh, das ist bestimmt, okay, noch haben wir alles. Oh, wetten wir, dass da hinten noch, 100 pro, 100 pro ist da noch was. Nicht! Das ist selten. Das ist selten. Ich würde sagen, das aktivieren wir noch und dann gehen wir rein. Klasse Scheiß. Eigentlich sollte ich mich verkriegen, dass ich es noch nicht gemacht habe. Das von der Theorie her können vielleicht viele von sich behaupten. Vielleicht. Aber trotzdem, du hast es immerhin gemacht und das rechne ich dir hoch an. Vielen Dank dafür. So, was kriegen wir denn hier alles? Ja, Energie nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Denn, oh, da ist die. Ach, das sind so komische Viecher. Yo! Okay, das können wir übelst zerstören. Seht ihr da diesen Heuballen? Da brauchen wir seine Hilfe, glaube ich, oder? Yes! Haben wir erwischt. Das zählt. Ist ein bisschen verwirrend, dass hier im Vordergrund und im Hintergrund Umgebung quasi ist. Ja, das war klar. Und full life. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Was ist mit eurem LSD, Yoshi? Soll ich besoffen, oder was? Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Alles klar, erst mal folgen. Oh oh. Oh oh. Okay, die sind alle ein bisschen behindert. Das nütze ich doch mal aus. Kann ich da wieder hoch? Oh, könnte ich sogar. Aber da, 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 da der Kollege hier nicht hochkommt, lassen wir ihn einfach. Oh, ich sehe schon, das wird so ein riesen Muttervieh. Und das ist gemein, die wollen mir hier die Sicht versperren. Wie komme ich da jetzt unten hin? Wahrscheinlich muss ich hier reinfallen, oder so. Irgendwo hier. Hä? Okay. Okay. Das merke ich mir mal. Oh, ich wollte gerade sagen, das war vielleicht eine Scheißidee, aber es ist nochmal glimpflich ausgegangen. Erst mal alles aktivieren. So. Hier muss definitiv irgendwas sein. Vielleicht ist das hier nicht umsonst da. Hm. Wie kommen wir da hin? da, seht ihr da, da unten ist irgendwas. Aber die Scheißvieche, die, ich sehe nix. Wie komme ich denn da ran? Man sieht ganz klar, dass da irgendwas ist. Muss ich da unten hinfliegen? Aber das können die doch nicht ernst meinen, oder? Nee, da ist nix. Guck mal. Da ist nix. Nee. Ha. Ah. Ja, voll und zu. Da hat einer aufgepasst, da war was Blaues. Und das könnte man einfach zerstampfen. Schön aufgepasst. Da ist er dabei. Der voll und zu. So kann man das ja auch einfach mal machen. So, lass mal. Da oben ist doch garantiert was. Komm mal her. Ach, guck mal das. Das springt auch so. Alles klar. Kann es sein, dass ich den Kollegen hier aber jetzt hätte gebraucht? Oh oh. Oh oh. Oh, ich glaube, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, hä? Da kommen wir jetzt wahrscheinlich... Wow, was mache ich denn? Nicht mehr hin. Scheiße. Das ist schon mal nicht so gut. Aber das können wir uns jetzt höchstwahrscheinlich abschminken. Ja, wenn der Typ da nämlich nicht rüberkommt, dann wird es schwierig. Ach, dass hier nichts ist? Na, da ist auf jeden Fall was, aber... Da kommen wir... Ja, da oben. Scheiße. Kann ich den jetzt irgendwie hier hinlocken? Nee, das wird nichts. Ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Dann bei Zeiten, weil hier ist auch nichts versteckt oder so. Ach, ärgert mich jetzt schon wieder. Na gut. Ups. Hier so einen kleinen Kollegen. Kann ich den nicht irgendwie... Nee, ne. Scheiße. Ach, das ärgert mich. Da war... Da ist garantiert die vierte Blume da oben. Mann! Kann ich nicht irgendwie mit einem Skillshot da hinten irgendwie was abschießen oder so? Ah, habt ihr gesehen? Ich habe auf jeden Fall was erwischt. Ah, aber das reicht halt nicht. Nur was erwischen reicht leider nicht. Mist. Also, wir werden hier nochmal rein müssen. Das hilft alles nix. So. Dann machen wir es eben nochmal. Bisher war das Level ja nicht schlimm. Wenn wir mal aufpassen, müssen wir danach nur das Ding holen. Warte mal, komme ich vielleicht andersrum noch irgendwie rein? Nee. Keine Chance. Ich sehe es ein. Ist okay. Wir gehen weiter. Ist okay. Ich hatte eine Hoffnung, aber... das, äh... haben wir in dem Sinne dann irgendwie verkackt, aber wenigstens das nicht. Hallo? Soll ich schon sagen, jetzt verliere ich am Ende eh noch Energie, aber das ist okay. Boah, hier ist doch bestimmt auch irgendwo was versteckt. Ist ganz schön gemein, muss ich sagen. Das Level, so von den Verstecken her schon wieder. Wow. Der Moment, wo du dich fast selber abschießt. Hier, sowas macht mich aber immer skeptisch. Warum sollte da was sein? Aber keine Ahnung. Ich habe das Starterpaket nicht in Heroes. Was soll mir dann geholfen haben? Oder habe ich irgendwas bekommen und nur noch nicht gelesen? Kann sein. Dann müsste ich aber noch erfahren, wo. Okay, hier ist nichts mehr für live. Hätten wir? Ja, dann müsste ich dann nur schnell nochmal zu der Blume hin. Okay, jetzt geht der Spaß wieder los. Ich hoffe, dass ich wenigstens alles stempele oder so. Per Mail auf Twitch. Alles klar. Twitch gucke ich ganz selten. Oh, oh. Weil, ne? Scheiße. Oh, da könnten so böse Sachen sein. Ich gucke mir das nach, äh, nach der Sendung hier an. Nennen wir es Sendung. Oh, wo könnten hier denn überall noch Secret sein? Äh, oh Gott, da oben. Ich sehe ich schon kommen. Ich sehe ich schon kommen. Okay, pass auf. Das war das letzte Vol-Teil. Oh, und jetzt komme ich da nicht mehr hin, oder was? Okay, gut, dass das nochmal nachkommt. Und da wäre auch schon der Boss. Wir hätten auch zwei Stempel. Ich kann sein, dass die oben bei der Sonne dann sind. Ich gehe mal schwer davon aus. Gucken wir uns den Boss an, Freunde. Gucken wir uns den Boss an. Stimmt so eine Riesenhenne. Hallo. Regenbogen Yoshi. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Aber zum Glück habe ich da schon etwas eingefädelt. Komm her, Gluckun. Pass doch auf. Ist jetzt auch egal. Mach deine Arbeit und trenn. Was? Und trenne diesen nervigen Yoshi auf. Hallo, ist voll gemein. Ist ab 18. Okay, was? Was? Na klar. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, jetzt weiß ich, was gemein an dem Boss ist. Ha, wie der Yoshi rumrollt. Ja, komm, dann mach mal kurz. Nochmal? Was? Gluck hast du da so rum? Hallo, hallo, hallo? Was hat er vor? Ha? Hui. Okay. Alter, komm jetzt her. Nein. Jetzt. Ah, okay, jedes Mal immer wieder einmal mehr. Ich verstehe. Sieht gut aus. Kommt er nach, Hi-Yoshi? Ja, wahrscheinlich, oder? Wow, 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 wow. So, ich schau mal, ob wir jetzt kurzen Prozess machen können. Wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Jo, wie er jetzt aussieht. Komm. Komm, 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 komm. Nein, kriegen wir nicht mehr, oder? Yes, erwischt, 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 erwischt. Nein. Ich hoffe, die zu bewegen. Yes. Kein Leben verloren. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Ja, Yoshi. Oh, wie er flattert. Der Super Yoshi. So, ja, wir haben halt nur da oben jetzt was übersehen. Das ist nicht tragisch. Das machen wir gleich nochmal. Kein Problem für uns. Hey, komm, das ist kein Problem. Man muss es halt wissen. Man darf halt den nicht töten da. Und dann ist es halt so ein bisschen komisch. Ich finde den Regenbogen, Yoshi, im Übrigen echt toll. Einer meiner Highlights. Neuer Trick-Anstecker. And no one cares. Yoshi, der Gluck-Hun-Yoshi. Hat der ne Lederhose an? Hat der Yoshi ne Lederhose an? So ein bayerischer Yoshi, den würde ich noch feiern. Oh, ne, nicht ne Wasserwelt. Oh, aber die sieht schön aus. Sieht schön aus, aber Wasser, meh. So, wir wechseln direkt mal zum, zum... Ja, lass mal die Lederhosen durchgehen. Der Gluck-Hun-Yoshi. Was ist das hier? Ach, guck mal. Ah, für die Special-Welt muss man alle Blumen sammeln. Das siehst du mal. Also, wir gucken nochmal ganz kurz rein. Du kannst mit der Zunge Items einsammeln. An sich ganz geil, eigentlich. An sich ganz geil. Find das Spiel... Was? Find das Spiel mal ne Abwechslung. Das ist kein Deutsch. Find das Spiel mal ne... Oder was? Find das Spiel mal ne Abwechslung und mal was Neues. Wer hat sich denn beschwert? So, wir laufen jetzt ganz schnell hin. Ich find das Spiel auch mal ne Abwechslung und find das wunderschön. Und, äh, wir werden jetzt auch in den Livestreams nix anderes spielen, bis wir da durch haben. Das sollte klar sein, oder? Programm ist Programm. Weil, wir müssen mal ein bisschen konsequenter sein. Wenn wir da durch haben, dann können wir wieder was Neues angehen. Oder vielleicht mal was Alters fertig machen, aber gut. Der Xelebo Yoshi, der war auch toll. Ja, so so eine leichte Lederhose ist schon zu sehen. Au, muss man schon durchgehen lassen. Wir müssen einfach, äh, kulant sein. Ja. So, lauf, Hun Yoshi. So, wo kommt die Stelle? Das ist klar soweit. Hier war das, ne? Hier muss ich jetzt... Musste ich da schnell sein, oder durfte ich da noch nicht was kaputt machen? So, Moment, wir gucken uns das genau an. So, vorsichtig. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob das denn so ein Okay ist. Warte mal. Der wird kein Suicide machen, oder? Ah, er macht Suicide. Ich hoffe, es reicht, dass ich da hochkomme. Ja, tut es. Ah, das garantiert der andere Stempel, auch. Ja, war klar. Nein! Nein! Oh Gott, ich dachte schon, ich hab's verkackt, Alter. Das springt da einfach an der Blume vorbei, ey. Wahnsinn. So, aber jetzt haben wir's. Dann können wir das Level ja auch noch zu 100% abschließen. Ist das was? Zauberhaft. Schöne Sache ist das. Wunderbar. So. Können wir das mal abschließen? Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen warten. Oh. Ein Yoshi mit eigenen Design erstellen? Ja, wer witzig, ne? Aber das wird wohl ein Traum bleiben. Ich glaube nicht, dass man sowas machen darf. So, einmal noch die Fahrt nach oben, nochmal den Boss machen. Alles überhaupt gar kein Problem. Und dann machen wir eigentlich wieder sehr effektiv, dass wir auch alle Stempel haben. Finde ich schon sehr nice, muss ich sagen. Wups. So. Ist doch cool. Können wir das abschließen? 20 Minuten. Läuft. Muss ich nur noch mal den Boss machen. Hat recht lange gedauert, ne? Schauen wir mal, ob wir das irgendwie beschleunigen können. Ob wir den schneller zu greifen kriegen. Also in der Phase kann ich ihn ja wohl definitiv nicht erwischen. Mach das diesmal von der anderen Seite? Oh, wie umfällt der Yoshi. Der Gluckhuhn, Yoshi. Da würde ich mich auch verarscht fühlen als Gluckhuhn. Ja, guck mal, wie schnell wir das jetzt erledigen. Läuft. Ups. Nein, nicht, dass das jetzt noch relevant wäre, aber... So, Ruhe im Karton. Ne, das kommt von der anderen Seite, das Huhn, ne? Ja, ja, ja. Einmal. Zweimal. Und... Dreimal. Nice. Wir lassen ihn zunächst kommen. Feierabend. 100%. Wuhu. Stark. Da, da, da. Juhu. So, und damit wäre das Level zu 100% abgeschlossen. Yes. So. Und, äh, bevor wir zur Welt 4 gehen, habe ich noch eine Sache auf jeden Fall vor. Denn... Das beschäftigt mich schon etwas länger. Aber das ist abgeschlossen. Damit dürfte jetzt auch die andere Welt hier... Sich... Zusammensetzen. Das... Oh, so eine Riesen... Oh, ich kann mir schon denken, was da auf mich zukommt. Oh. Oh.